Trimax rein, Reaps raus. Direkt eine Woche, drei Tage Time-Out, Yalla, tschüss. Magnum und Digger, Big Mac kommt. Also wen man entsetzen könnte, weil er einfach fahrtechnisch keine Well-Icon ist. Oh nee, ich will's gar nicht mehr. Sprich's einfach nicht aus. Ich kann die Jungs auch verstehen. Das ist schon ein bisschen... Ich hab erst mal vor drei Wochen gespielt. Boah! Ich kann die Fremse halt nicht sagen. Die können ja mal einen blasen und ich kann wissen, Digger. Junge Monta, Alter. Die sollen die Fresse halten, Digger. Ja, das ist einfach so, die sollen die Fresse halten. Ja, ist so, aber... Ich teils auf deren Sub. Einfach umgebringt. So macht's in den Kommentaren... Ich werde es auch wieder Scrum einfach. Scrum was im Chat, ich sag's dir. Den Sub nämlich gerne übrigens. Ich scheiß nicht auf den. Ähm... 10 Sub ist einfach gerne, aber man geht auf den Flot noch umgebringt, weißt du. Man macht ne geile Art und eine Unklar und ich lieb, gefällt das, aber dann geht man einfach. Was denken denn die kleinen Schlinge, wer die sind, Alter? Was? Dass sie hier reinchen, ja, Dermut, weg. Digger, als wenn du was zu sagen hast. Du hast keine Spiele, Digger, und keine Rechte. Oh, du bist der Beste! So... Als ob du das getimt hast, laber doch nicht. Bro, hab ich schon, fuck. Du hast ja Leben genommen, Alter. Oh, da geht's. Ich hab auch viel Zeit, Alter. Alter, kommt schon, Jungs. Der ist einfach unkorrekt. Ich finde das wirklich unkorrekt. Das ist ein Homie von mir. Und was gegen meine Homies sagt, der sagt auch was gegen mich. Fühlen, Rap, Alter. Kuss. Ja, das ist immer so, egal mit wem du was spielst. Weißt du, was meinst? Egal mit wem du was spielst, wenn einer so ein bisschen triad ist, dann ist das ja normal. Weißt du? Wenn du dir ein Porno anguckst und der, der am *** ist, der gefällt dir nicht, dann schreibst du den Porno-Produzenten auch nicht. Kannst du den mal austauschen. Ich will mal den und den *** gehen. Dann skippst du entweder weiter oder guckst du ihn halt ab. Ich mach das immer, actually. Ich fuhre gleich guter Vergleich. Wir haben leider wilde, holy shit. Aber Papa, Platte konnte ich direkt damit identifizieren, habt ihr gehört? Ich schreib immer wilde Kommentare. Oh mein Gott, Papa, eine eigene Bombe, Bro. Hier ist noch einer. Ach du Scheiße. Der erste bekommt eine rote App und wird einfach meine Tote geklaut zum Ablocken. Von meinem Geist. Gebrochen. Also geht um 10. Taps, Jungs, oder? Ja, na klar. Ich geh noch auf 4 Tage. Oh, Paulus macht keinen Scheiß. Als ob sie nicht drin ist. Oh, Dega. Mann, ey. Das muss doch nicht sein, Dega. Dega, wer hat ein Stern? Bitte sag mir, dass es ein Bot war. So sauer. Was ist das denn? Ich mach's nicht. I'm done. Oh, ich mach den Fahrfehler meines Lebens, Dega. Das ist so schlecht gewesen. Boom! Lass dich es immer ohne Monte machen, Alter. Oh, ist die voll. Ich hab so den Fahrfehler gemacht. Alter. Du könntestens immer so austauschen. Holy shit. Warum sollten wir nichts zu sagen haben, wenn wir deine Existenz geben, Dega? Weil ich auf deine Meinung einen F*** gebe. Ganz einfach, Dega. Ich zock mit den Kollegen, wo ich Bock hab. Wenn dir das nicht gefällt, machst du ein Heide Yalla. Ist mir doch scheiße, ob dir das gefällt oder nicht, Dega. Ja, sowas find ich richtig unkorrekt, Dega. Wenn Leute im Chat gegen meine Kollegen schießen, Dega, weil sie den nicht mögen, dann geh. Ich hoffe, ich richte meinen Freund und meinen Freundschaftsfeld danach, wie dir das gefällt, oder was? Klar. Unheimlich, also richtig unkorrekt, Dega. Und solche Leute wie ich gar in Familie haben, Dega. Ach, Mann, ich bin so... Wer hat die Map gewählt? Äh, ich nicht, Dega. Sehr schwer, die Karte, finde ich. Ich hasse die. Richtig respektlos, Dega, um was zu schreien. Aber ich find die eigentlich ganz geil. Die ist geil, die Map, Dega. Richtig geil, Mann. Oh, Abhounder. Oh mein Gott. Als ob du die geditcht hast, Bruder. What the f***, Reapers. Ach, Ficken. Ficken. Ja, und ich komm nicht mehr durch. Ich komm nicht mehr durch. Leck mich doch. Ich hab mal Rote mit der Bombe. Oh, Blatt, halt. Angsthase. Warum denn Angsthase, Dega? Also, falls ihr euch fragt, worüber ihr Motto die ganze Zeit diskutiert, ist halt wegen Kevin, ne? Bitte was? Ja, ja, es geht um Kevin, klar. Oh, ich hab'n Hasenblut gehabt, Dega. Der nächste Mal ohne mich, oder was? Da seh' ich mich, perfekt. Wer ist erster? Oh, guck mal hier, Dega, das erste Mal heute. Und ich reiz' dir aus, scheiß drauf. Oh, ich bin ein Idiot. Das ist nicht dein Ernst, Dany. Dicke. Ich reiz' dir aus. Ich reiz' dir aus. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Dega. Ich bin so tilled. Holy shit. Da kommt noch ne blaue. Willst du mich verarschen? Noch eine? Blitz into Abgrunds into blaue. Hä? Was ist das für ein Film? Junge. Ach, Mann. Was ist denn der verf***te Blitz, Dicke? Den hab' ich noch nie gesehen. Also, Dany wo drauf. Ich riech' ihn. Och, Jungs. Come on, Dicke. Ich bin schlitt. What the fuck? Komm schon. Komm, Link. Noch eine blaue, bitte. Ja. Wohin? Komm schon. Nein, 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 nein. Och, Dicke. Komm schon. Ja, Dicke. Wie lange hat der mich gestunnt? Ganz traurig. Ganz traurig, Alter. Ach, Dicke. Ach, Mann, Junge. Ich bin siebter, Bro. Ich riech' das doch. Eine von dem blauen. Bitte. Ich hab' schon Blitz und blaue bekommen. Ich mach' den hier, Dicke. Komm, komm, komm. Gönn. Please, please, please. Nein! Was? 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 Boah, ich bin so mad. Let's go. Wichtig. Nein. Wichtig. Wichtig. Ich hatte eine Rakete, die mir gerade weggenommen wurde, Alter. Holy Shit. Wichtig, Dicke. Wichtig, Dicke. Wichtig, Dicke. Wichtig, Dicke. Ja, Bro. Das ist dann die dritte Runde, wo ich hinter dem Bot bin. Perfekt, Dicke. Kannst gar nicht erwarten. In der ersten Runde war ich der erste, ja. Jetzt fünfter einfach. Hinter dem Bot sagst du. Ja. Ich glaube, das kannst du besser. Die Motivation, das motiviert mich extrem, wenn du aus deinem Kopf kommst. Ich bin hier einer der geilensten, ne? Klasse, äh, klasse, äh, klasse. Perfekt, Dicke. Geiler Start. Nice. Danke, Mann. In den Lutsch, Alter. Ey, was? Hä? Ja, oh, das tut mir recht leid, Mann. Ja, warum? Ah, ja, okay. Ey, okay. Der ging, Dicke. Mit dem red ich gar nicht, weißt du? Die ist in die Luft da oben. So, Leute. Die rote rein. Perfekt. Hä? Ey, ey. Auch wenn ihr halt scheiße gelaufen würd ich mal noch schön sagen. Ja, laut dem Hosele. Ich mag echt so nötige Luft. Ja, egal. Was bringt die, die sie dröhnt oder was ist das? Ähm, damit kannst du sogar blaue zerstören, tatsächlich. Egal was in deiner Nähe kommt, kannst du dich damit schützen, wenn du das timest. Das zerstört alles. Ja, der Dicke ist auch so unnötig, Dicke. Ja. Oh, ich glaube. Oh, jetzt ausreizen. Ich halte mich wieder aus, der Profi. Dicke, mir wird sogar meine Donation geklaut. Ich halte es aus, ich halte es aus, ich halte es aus. Oh! Oh! Hey, Danny! Hey, Danny! Hey, Danny! Hey, Danny! Hey, Danny! Junge, ich bin so tiltig. Ich war schon wieder auf dem Weg zur Abkürzung mit dem, mit dem Faxi. Jetzt kriegt man Europa, Alter. Ausreizgut! Na, Lüsch, da stelle ich weg damit. Was für Abkürzung, Kevin? Naja, nicht Abkürzung, aber es gibt diesen einen Jump, den man über den Rasen dann nehmen kann. Ach so. Ja, ja, den kenn ich auch. Und ich war gerade auf dem Weg dahin, mit meinem scheiß Pilz. Auf einmal kommt der Blitz rein, Junge. Oh mein Gott. Ich hab den Stern kurz noch mal an, oder? Kurz noch mal Sekunde. Kurz noch mal Sekunde. Richtig. Wer sind da hier? Ja, wer? Ich bin Fünfter, Bro. Prost. Du hast mal dabei, bitte. Prost. Ja, Mann. Lass doch mal das deine, du Hund. Ich hab dir keine Güter. Bro, ich fahr wie ein junger Gott auf einmal kommt das, Alter. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Nee, Digga. Oh, wichtig! Gön doch mal einen Stern jetzt. Den willst man nicht. Hey, hey. Digga, mach's jetzt ernst. Lassau, Alter. Du wirst rote nach hinten. Wirf die nach vorne. Nein. Einig für den blauen. Nein. Gön doch jetzt mal was, Digga. Damit kann ich nicht arbeiten, Digga. Mann! Was, Digga? Let's go! Echt euch alle ins Knie! Wichtig. Wichtig, Digga. Das gibt's nicht. Oh, Scheiß. GG, Digga. Was für ein Rennen, Alter. Was, ein Rennen? Oh mein Gott, was war das noch? Scheiß auf Mario Cup, Bruder. Ich bin so krass gefahren, diese Rennen. Ich will auch noch mal kurz zu deinem Livestream-Chat reden und auch zu den anderen. Ich sollte jetzt nicht dumm rüberkommen, aber ich glaube, jeder kann es verstehen, dass es einfach unkorrekt ist, wenn Leute so aus den Chat reinsteigen. Ja, hä, normal, Digga. Ja. Und Bro, dann können wir auch die Aufwechser, Alter. Weg damit. Natürlich können die Subscriber auch mitbestimmen, was man so macht. Und, na klar, aber nicht. Also was ich halt überhaupt nicht fühle, wenn Leute denken, irgendwie weil sie die Person nicht mögen oder unsympathisch, dann ist ja auch okay, ist ja ein gutes Recht, aber dann so von einem Streamer zu verlangen. Ah, ersetzt zehnmal. Das finde ich so richtig respektlos. Aber es ist trotzdem unsympathisch, finde ich. Du so eins. Ja. Ja, bin ich, bin ich. Ja, bin ich. So, das war jetzt offensichtlich ein Joke, weißt du, aber das ist wirklich so. Bin immer auf dem ersten, weil ich so negativ gegenüber jedem bin. Aufmerksam. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich fühle mich von chillen, eigentlich. Nein, also jetzt. Das würde ich auch voll aufzuhören, weißt du? Du bist ein Sweat, aber bist jetzt nicht unsympathisch. Ja, das ist immer nur so der erste Blick. Bitte? Auf, dass du unsympathisch bist, oder was? Ja, ja, immer so auf den ersten, aber das ist normal, Digga. Ich bin auch immer so. Ich muss immer auf den zweiten Blick eine Person kennenlernen, damit ich mich bitte gut verstehe, weißt du? Ja, ich glaube, ich bin auch so Charakter, dem... Ja, gut. Ja, das ist so, das ist so. Ja, finde ich auch, dass du so Charakter bist. Erstmal auf Twitch, Digga, was ist das für ein Vogel? Ja, ja, ja. Okay, aber dann mal... Das denkt man sich zwar immer noch daran, aber irgendwann macht man's so. Ja, irgendwann hört's dann auch. Das ist normal, Alter. Scheiße. Jetzt bin ich so im Lock. Monster auf dem ersten mit drei Runden. Hey, wo fährt mein Charakter hier hin? Die sind gleich wieder weg, die haben wir hinlängst. Zwei Jungs haben mir grad ne Tröte reingeballert, Digga. Oh, das liegt da. So, hau auf mich trifft der, Digga, hau auf mich trifft der. So, Alter, wir haben Arsch da. Das schmeckt, Digga. Das ist schon die letzte, Jungs. Lächerlich. Digga, das ist schlecht. Na, Junge, das muss doch nicht sein, Digga. Das muss doch nicht sein, Jungs. Oh, Digga, das muss doch nicht sein, Digga. Ich bin auch antipathisch. Das muss doch nicht sein, Jungs. Oh, ich hab' ich noch. Das muss doch nicht sein, Digga. Oh, Danny, du kleine Mistgesunde. So ein... Nein! Digga. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's fucking go! Holy shit! Holy shit! Let's go! Alter, das war so knapp. Holy shit! Alter Schwede. Wow, Digga. Der Blitz auch am Ende. Holy shit! Scheiße, Alter. Egal. GG. 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 Ja, okay, aber das heißt also jetzt 40 Stück an Reapers muss ich raushauen. Nico, Nico, du kannst meine 10 streichen und die bei Reapers raufpacken. Also das heißt also auf gut Deutsch einfach mal 50 an Reapers. Boah, Junge, Nico hat richtig Bock. Alter, der freut sich hier. ografische Glockenzeuge Schleifung Schleifung Vielen Dank.